Ja, Papa hat es so trefflich in seiner Predigt gesagt, dass die Menschen, die hier all diese Preise bezahlen im Dienst für das Gesamte, an ihren tiefsten Punkten, an den tiefsten Stunden ein höheres Glücksgefühl haben, als die, die nicht im Organismus sind oder nicht in dem Dienst stehen, wenn sie gerade den Zahltag haben oder gerade eine krasse Party hinter sich haben, wir können das wirklich bestätigen, wie wir einfach so Freude empfinden bei der Produktion, auch wenn es immer wieder eng wird, spät wird, schwer ist, aber ich will es einfach sagen, die Befähigungen, wir erleben sie, wir erleben sie und das ist wunderbar, es ist wunderschön, auch mit allen euch, wir wollen euch auch ganz herzlich danken, alle, die ihr hier immer mithelft, vielen herzlichen Dank jedem Einzelnen, der diese Sendungen produziert, schneidet, aufspricht, mischt, animiert, es ist einfach ein herzlicher Dank auch an diesem Freundestreffen für euch, ich denke auch unsere Gäste wollen diesen lieben Kla.TV zuschauen, nein Produzenten, nochmal ganz herzlich Danke sagen, vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle einfach kurz eine Gedenkpause mit kleinen Bildimpressionen für unsere Übersetzer machen. Hier hinten sind sie nonstop dran am Übersetzen in ihre Sprache und jeder, der in eine Sprache übersetzt, hat diesen Schlüssel in der Hand, ist selbst dieser Schlüssel, wir wollen das ganz kurz einfach anschauen, das ist von heute diese Bilder, und das ist von heute diese Bilder, der in eine Sprache übersetzt, Vielen Dank euch, ihr lieben Übersetzer. Und jetzt möchte ich noch erwähnen, dass wir zwei solche Schlüsselträger hier nicht in der Halle haben, sondern von zu Hause aus schauen sie. Isena ist jetzt in Chengdu, vielleicht ahnt ihr schon das Land, und Divera in Xi'an, das ist in China. Die sitzen jetzt in China und sind bei unseren Freundestreffen dabei. Und euch möchte ich ganz besonders grüßen, das sind unsere Übersetzer von Kla.TV, zwei junge Mädels, die sich so schön in den Riss stellen, das ist wirklich gewaltig. Und jetzt winken wir doch mal ganz kurz in die Kamera, wählen wir uns mal die da oben aus, in die Neuen. Winkt mal Vera und Isena. Ich will euch, wir wollen euch ganz herzlich danken, auch dass ihr euch so fern in diesem Land einfach reinstellt und für Kla.TV übersetzt, Sendung um Sendung, dutzende Sendungen. China ist doch das bevölkerungsreichste Land der Erde. Ihr habt den Schlüssel. Vielen Dank. Hello everyone, I'm Vera. I'm very happy and lucky to see all of you. Many greetings from China. Isena möchte uns auch noch grüßen. Wir schalten jetzt zu ihr. Versuchen, ob das klappt. Hallo zusammen, ich bin Isena und liebe Grüße aus China. Hallo, ich bin Isena, ich bin jetzt von China und ich habe mich auch sehr gefreut, an das coolen Event heute teilnehmen zu können. Und ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß. Danke, Isena, danke. Isena, Isena, ich will dir was sagen. Wir haben dir zu ehren heute einen ganz speziellen Programmpunkt. Und zwar einen asiatischen Tanz. Dir und Vera zu ehren und auch allen anderen Übersetzern. Und darum machen wir jetzt hier Licht dunkel. Wir schalten dich jetzt auch dann gleich wieder weg. Tschüss, tschüss. Und ich hoffe, das klappt. Jetzt können wir dunkel machen. Ciao, ja. Ja. Ja.